Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Iran attackiert Israel mit 200 Kampfdrohnen und Raketen. Israel bislang unklar zurück. Unvorhergesehener massiver Angriff Irans auf Israel. In einer außergewöhnlichen militärischen Eskalation hat der Iran Israel mit einer beispiellosen Angriffsinitiative konfrontiert. Diese umfassenden Angriffe, die bisherigen Grenzen der Feindschaft zwischen den beiden Ländern überschreiten, rufen internationale Besorgnis hervor. Nach Berichten verschiedener Quellen, angeführt durch Berichte des israelischen Militärs und Nachrichtenagenturen wie Al Jazeera und CNN, begann der iranische Angriff gestern Morgen. Die Art des Großangriffs intensiver und weitreichender als alle vorangegangenen Vorkommnisse markiert einen neuen und bedrohlichen Schritt in der langjährigen Feindschaft zwischen den beiden Nationen. Während Einzelheiten der Angriffe aufgrund der laufenden militärischen Aktionen noch unklar sind, deuten erste Berichte auf einen massiven Einsatz von Raketen und unbemannten Flugkörpern hin, der wesentlich größere Teile Israels als je zuvor ins Visier nimmt. Israelische Verteidigungskräfte haben bestätigt, dass der Raketenabwehrschild des Landes, bekannt als Iron Dome, aktiviert wurde, um den Angriff abzuwehren und das Leben der Bürger zu schützen. Obwohl noch keine offizielle Stellungnahme des Iran vorliegt, legen Informationsquellen wie Haaretz und Iran International nahe, dass dieser Angriff eine Reaktion auf eine vorangegangene israelische Aktion ist, in der angeblich iranische Stellungen in Syrien angegriffen wurden. Die Folgen dieser Angriffe und die Antwort der internationalen Gemeinschaft, insbesondere der Vereinigten Staaten und Russlands, könnten entscheidend für den weiteren Verlauf der Konflikte im Nahen Osten sein und brauchen eine genaue Nachverfolgung. Welche Konsequenzen diese unfassbaren Ereignisse auch haben mögen, was wir aus dem Iran und Israel sehen, ist ein gefährliches Spiel von Vild. Wer das Größere Übel ist. Es ist ein Appell an die Weltgemeinschaft, den Mut zu haben, aufzustehen und zu sagen, genug ist genug, jetzt, wo es noch Hoffnung gibt. Dieser Bericht wird weiterhin aktualisiert, da wir mehr Informationen erhalten. Author Anita Farke, Datum Sonntag, 14. April, 4.20. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Danke fürs Zuhören.